Für meinen Wahlkampf habe ich mir vier Themen gesetzt. Das wäre einerseits eine gute Schulinfrastruktur. Zweitens möchte ich gerne die dritte Wasserstofftankstelle der Schweiz in Biel. Dann möchte ich die Fachärzte in Biel stärken, damit wir dort teilweise einen sehr Mangel haben. Und viertens möchte ich mehr Grünfläche, aber auch mehr Sauberkeit. Ich bin sehr gerne am See, beim Pavillon, in den Reben, aber auch in der Stadt und finde es immer wieder schön, wenn man den Bilingismus gehört. Bis zum nächsten Mal.